so wir kommen zurück zum nächsten let's fail von double dragon da bin ich ja mal gespannt play acclaim double dragon 3 sogar billy und jimmy sind auf ihrer reise um ihr martial arts training zu verholständigen sie kommen zwei jahre später zurück um irgendwas rosetta stone vorzufinden die sie nach ägypten entführt da werdet ihr die weltstärksten freunde treffen aber seid gewarnt niemand kam bisher zurück lebendig zurück mission 1 amerika ja das ist ja toll kriegt ja kriegt ihr auch irgendwie karoni oder kriegen die nehmen mich nur k.o. nur die kriegen mich k.o. naja live power up 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 da kommt man nicht rein kommt man auch nicht rein auch nicht Untertitelung des ZDF, 2020 Natürlich kommen da die nächsten zwei. Wenn ich so weiter mache, schaffe ich es ja nicht mal ansatzweise bis Ägypten. Oh! 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 Das war's für heute. Ja, klasse! Kavarivo o Plispezinje? Nein, das war doch nicht so, dass ich mich verriebe. Der erste Stein ist in China, dein Kampf wartet auch auf dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der zieht die Tür zu, da wollte ich doch noch durch. Schreinerei. Ah jetzt. Trick. Haben wir denn bei Waffe? Boah, sag mal, kann man die Spiele überhaupt schaffen? Ich dachte mal schon, Megaman ist schwer, aber das schlägt ja nicht fast den Boden aus. Ich denke mal, das ist ja nicht fast den Boden aus. Ich denke mal, das ist ja nicht fast den Boden aus. So, du musst mich besiegen, bevor du den Stein berühren darfst. Lass mich raten, machst mich natürlich erstmal komplett fertig. Schön, dass auch der Gegner hier keine Energieanzeige hat. Der, der, der fightet mich ja hier zusammen, total. Und da gut. Game over. Das ist aber brutal schwer. Wer denkt sich denn sowas aus? Das muss für Japaner sein. Die haben sowieso ein völlig anderes Skilllevel als wir. Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Und wir gucken uns dann im nächsten Video ein weiteres Let's Fail an. Also bis gleich. Tschüss.